Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im DG-Challenge-Projekt mit Paul, Egi und Uwe. Hallo. Also jetzt, wo dieser Schweinestall hier weg ist, ist das viel angenehmer, sage ich euch, wie es ist. Die Frage ist, wo war der Schweinestall? Da, wo er jetzt fehlt. Quasi direkt neben dem Hühnchengehege. Ja, okay. Da, wo der schöne Fleck jetzt ist. Ja. Für den aufmerksamen Zuschauer natürlich, es stand, dass der 14.000 Euro Wert hatte und wir haben aber kein Geld dazubekommen. Das ist richtig, weil der Wert des Stalls aus dem Safegame rausgeschrieben war. Falls sich das so nie gefragt hat. Ja, eventuell war ich dasselbe. Na ja. Kann ja mal passieren, ne? Dann aber. Ich hab was ganz Schlimmes gemacht am Wochenende. Was ganz Schlimmes gemacht? Ja. Ich hab wieder angefangen, World of Warcraft zu spielen. Ach klar, ich dachte, du bist damit jetzt durch. Nein. Nein. Meine Kumpel haben angefangen, halt Season of Discovery zu spielen. Und, naja. Ich hab schon wieder ne Grasmission. Team Dennis hat gerade zwei Grasmissionen aktiv. Okay. Vielleicht sollten wir ein bisschen intensiver mal beobachten, was das so an Missionen gibt. Mhm. Oder sie hatten die schon ewig noch. Ach nee. Die 106 haben sie sich gekauft. Die haben sie sich gekauft, ja genau. Dass sie Gras einsammeln können. Oh je, oh je. Alter, gibt es viele Grubber-Missionen? Mhm. Und die sind zum Teil ganz schön viel wert. Ja. Darum hab ich vorhin schon mal gesagt. Wär auch ne Idee. Mhm. Wächst. Das könnte man nämlich auch im Fendt machen, theoretisch. Oder halt gleich mit Valtra, wenn der dann eh frei ist. Weil der Fendt kann der auch pflanzen. Aber normalerweise müsst ihr auch mit einer Scheibenegge zum Beispiel das machen können. Ja, 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 ja. Weil da gibt's ja genügend sechs Meter. Ja, mir ist da so eine im Kopf, die ganz cool wäre. So für 21.000. Für 21.000? Mhm. Von der Firma Unia. Das ist ja auch ein Mod, ne? Ne. Naja. Wie machen wir das mit? Ach, Premium, ja. Aber der hat 4,5 Meter. 6. Das ist mit 4,5, ja, stimmt. Eben. Ähm, 168 Grad. Da würde ich noch eher die Mark nehmen, die ist billiger. Ganz ehrlich, ich fahre nicht mit 4,5 Meter übers Feld. Naja. Die Guten haben wir nicht drauf. Naja. Das ist alles an der Portschweine, viel Geld. Oder. PS und so weiter. Ganz ehrlich. Ja. Mit nichts? Äh, weg auf, nein. Ja, komm, guck mal. Ich bin auch da. Ich kann auch jetzt. Äh. Ach, der ist halt auch schweinig. Ja, ja. Dann, Uwe, geh wieder Holz machen. Wow. Spiel wieder mit dem Holz. Er kann auch Bäume sammeln. Könnte aber auch hier erstmal Bäume sammeln. Oh ja. Ja, ha, 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 ha. Auch gute Idee. Das kann ich. Das kannst du? Ja. Ja, gut. Ich finde es immer wieder krass, wie weit hoch der Frontlader geht. Die Hauer sind da echt übel. Hm. Schwaden ist auf jeden Fall bald fertig da oben bei euch noch, ne? Ja. Hier hinten die Ecke. Ja, genau. Ja, die. Ja, die auch. Ich muss mal kurz ein VCA größer stellen. 168, 7 Meter. Äh. Äh. Das war nicht falsch. Das ist ja. 7 Meter. Ja, es ist noch keiner geblumst. Aber er kommt gerade. Das hört sich also verkehrt an. Iggy, du müsstest eigentlich alles draufkriegen auf die Anhänger jetzt, oder? Überzeugt. Sorry, dass wir schon die halbe Mission abgegeben hatten. Müsstest theoretisch fast draufgehen. Ich kann es dir nicht sagen. Das ist diese eine Ecke da hinten noch, die mich so ein bisschen stört. Du kannst theoretisch fünfmal in die zwei Anhänger und ich glaube viermal in den großen abladen. Zweimal die kleinen habe ich schon. Ja, aber ich glaube, das müsste reingehen. Jetzt schauen wir mal. Ah, wird schon. Aber nicht, ist auch nicht schlimm. Lass uns fahr... Lass uns fahr... Lass uns fahr... Lass uns fahr ich zwischendurch mal Reifbesuch. Ja, das macht Spaß bei denen. Wir haben 36.300 abgeliefert und 44.000 müssen wir noch. Also theoretisch, wenn beide voll sind, könnte es gerade so reichen. Aber wenn dann halt noch ein bisschen was über ist, dann würde... Aber gut, das geht dann in den Drescher rein. Alter, ist hier ein Abhang. Ja. Ja. Wollen wir eigentlich unsere Sägewerktreppe so weiterführen, oder? Nee. Fangen wir mal anders an. Ja. Würde ich schon verspannen. Apropos, das nächste wäre gleich drin, ne? Ja, aber das bringt uns ja nichts. Nee. Nicht so viel. Challenge von Team Dagi. Okay, wir wollen zehn Sägewerke haben. Mindestens. Zehn? Sag das nicht zu laut. Glaubt das mal jemand? Mhm. Glaubt noch jemand, dass wir so wenig haben. Hallo? Bitte. Das sind nur 25.000 pro Stunde. Also bitte. Also mit diesen Peanuts gebe ich mich nicht zufrieden, ne? Also 100.000 pro Stunde muss schon gehen. Also hallo. Autsch. Hier unten ist noch ein riesengroßer Baumstumpf direkt an der Hecke. Da an der Hecke. Da, wo jetzt der Ballen liegt. Hm. Okay. Also stört jetzt nicht großartig. Kann man bei Gelegenheit mal machen. Was machen die eigentlich da auf der... Was ist denn das? 52? Ich glaube, die sind da im Düngen. Sag mal, die Ewigkeiten. Ich glaube eher, das ist eine Koba-Mission tatsächlich. Warte mal. Ja, das ist eine Koba-Mission mit den 2,5-3-Meter-Dingern da. Für Düngen geht es tatsächlich zu lang, ja. Nebendran ist gerade die nächste Koba-Mission. Hm. Okay. Wahrscheinlich deswegen. Und hier bei uns, die 51, ist auch noch eine Koba-Mission. Ja, Moin. Für die kommt das jetzt gut mit den Koba-Missionen, dass wir Erntemissionen machen. Ja. Wäre mal interessant zu wissen, ob man Erntemissionen anpassen kann. Dass die Zuckerrüben, Baumwolle und der Scheiß nicht kommt. Ja. Könnte man sich vielleicht auch mal überlegen, dass zumindest Baumwolle nicht kommt. Kommt nicht. Natürlich. Ah, doch. Den habe ich nicht rausgenommen, stimmt. Könnte man aber rausnehmen, ja. Mehr die selber an. Baumwolle, Kartoffeln, Zuckerrüben, die könnte man theoretisch alle rausnehmen. Weil die macht eh keiner. Ja. Na gut. Zuckerrüben wäre ich mir jetzt nicht so sicher, aber... Also prinzipiell ist das super einfach. Man muss halt die Karte neu runterladen dann. Ja. Aber das könnte man überlegen, ob man das mal noch macht. Weil dann gäbe es auch ein paar Felder, wo mehr geht. Okay. Aber jetzt einsah man an. Ich finde es auch immer noch spannend, ähm... Ähm... Ja... Geht. Dass du nicht auf allen Grasfeldern Missionen kommst. Ja. Das sind ja immer nur die gleichen Grasfelder, auf denen Missionen kommen. Mhm. Hm. Aber es sind einige Grasfelder, auf denen Missionen möglich wären von der Ernteerschufe. Ja, ja. Aber zum Beispiel die 55 ist, glaube ich, auch nie aufgetaucht. 106 auch nicht. Oder hier die 54 und so. Dürfen sie auch noch die 46 ansehen? 3 Meter hatten wir gesagt, Abstand, ne? Ja, hätte ich jetzt gemacht. Nee, ich würde mehr machen, weil sonst verhängen sie sich unter Umständen. 4? Ah, ja, 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 mach 4. Das glaubt besser, ja, stimmt. Sonst laufen sie nach einer an, naja. Ja. Was uns... Vor allem... Das ist einfach, weil du dann vollständig gescheit. 4 erscheint mir immer noch etwas, ja. Mach 5. Ja, ich wollte gerade sagen. Wenn ihm 4 zu eng erscheint, dann nehmen wir doch lieber 5. Aber 4 ist doch nicht eng, oder? Nee, aber es 5 genommen. Du darfst die vergessen, Paul. Die haben relativ breite Krone oben. Ja, ja, die Krone ist schon nämlich gerade klein. Ja, dann sehen wir jetzt ein paar Bäumchen. Hm, 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 hm. So, hätte ich hier freilassen sollen? Mögliches neues Seegewehr? Wir dürfen doch nicht im Stufenprinzip weiterbauen. Da hat doch unser Baumfelder was dagegen. Ja, den anderen Ort, wo das gut hinpassen würde, steht jetzt ein Beinlager. Ach, das geht schon. Wir haben noch mehr Orte. Jo. Ich würde gerne sagen, auf der anderen Seite... Man muss auf der anderen Seite... Ja, eben wollte ich gerade sagen. Da hinten irgendwo noch ein oder zwei hinsetzen, als nächstes dann. Joa. Wenn wir dann weitermachen. Oder so ein bisschen mittiger. Joa, 5 und 6 können wir dann wieder Richtung Mitte setzen. 7 und 8 hat dann auf den nächsten Platz. Ich denke daran, dass du dann ja das auch noch da wieder entladen musst mit der Maschine, ne? Ja. Was? Ja. Ich will die doch mit Sicherheit nicht alle mit der Kettensäge misshandeln. Du musst sie mit der Kettensäge misshandeln. Ja. Also fällen musst du mit der Kettensäge. Da geht kein Gerät. Da gibt's einen Mord für Sicherheit. Mich, ja! Nein, 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 nein. Den kriegen wir eh nicht drauf. Und warum meckerst du denn? Das ist... Ich muss mich doch damit rumschlagen. Aha. Und wenn dann wieder keine Arbeit für mich da ist, was mache ich dann? Du kannst das dauerhaft dreschen. Wir haben jetzt genug Traktoren und Fahrzeuge. Hier ist es gar kein Problem für Arbeit. Zu sorgen. Ob ich mir springe, eine Reihe oder immer. Dann auf mich an zu... Äh... Nö. Geh zu Dennis denn. Wer soll dich füttern? Ich tu das nicht. Nö. Dennis, was zum Essen, wenn ich jetzt mich zu ihm hinstelle? Ich glaube... Ich glaube nicht, dass du was bei Dennis bekommen würdest. Dafür bist du im falschen Team. Ja. Sorry. Ich sag's doch mal eben schnell zu Team Grün. Jetzt hört uns mal deren Plan und kommt dann wieder. Ah ja. Team Werner ist wieder ein Wasser fahren? Ach, ne, Moment. Der ist doch am Coburn. Eine Kurve nicht gekriegt, hä? Möglich. Ich will dir auch mal ein bisschen blöd daherreden. Ah, der ist im VCA-Kurs eingeschlafen. Okay. Der ist da oben auf dem großen Feld, das wir getroschen haben, am Ansehen. Mhm. Das ist, was er letzte Woche noch gegrubbert hat. Hm? Ja, das muss man leider sagen. Der Grubber, der ist schon eine sehr geile Investition. Mhm. Vor allem nicht teuer. Ja. Ja. Und 50.000 hast beides. Frontank, Robber und die See-Einheit. Ui, ich seh wieder Bäumchen, Kleine. Arbeit. Es geht so ein bisschen. Zwei Tage. Ah. Aber ich seh meine Arbeit wiederkommen. Ja, sie wächst schon wieder heran. Eure Arbeit wächst und gedeiht, Sire. Da muss man alles weit weg von dem, wo ich stehe. Das ist von Stronghold. Das heißt, wir sind ein aufstrebendes und wachsendes Unternehmen. Na, auf jeden Fall. Wachsend, ja. Aufstrebend. Äh, doch. Wir sind ein Arbeiten besonders. Wir streben nach, wir streben nach der Macht. Mhm. Apropos Macht, wir können mal einen Blick in die Punkte werfen. Äh, 8,5 bei Team Werner, 7,4 bei uns und 3,7 bei Dennis. Das bleibt ja doch relativ stabil, der Abstand zwischen Team Werner und uns. Jo. Jetzt ist es Zeit, dass wir die Führung übernehmen. Ja. Wenn man überlegt, was die für einen Maschinenfuhrpark haben, ist das eigentlich ein recht guter Abstand. Hm. Die schon wieder mit ihrem Förderbahn zugegangen? Ja. Mit Sicherheit. Schwierig. Einfach schwierig. Ich sag dir, hattest du hier keinen Bock mehr, die Ecke zu schwaden? Hm. Der eine Fitzel da. Hm. Nee, nicht so richtig. Ich hab's gemerkt, ja. Boah, Uwe, wo fährst du hin? Ich will mir bloß kurz die andere Wiese angucken. Ach so. Ja, die ist eben, da kann man Sägewerke draufstellen. Auch, auch das, ja. Hast du Angst, dass ich dir da auch noch Bäume hingesetzt hab, damals? Nee. Vielleicht den Klamotten, oder? Auch voll Bolle mit Bäumen. Oh, wir sind fertig für heute. Mein Lieben, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Wenn das euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns morgen an Heiligabend wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüssi.